In Deutschland sind die David-Hunter-Krimis des Briten Simon Beckett millionenfach verkaufte Bestseller. Der noch junge Streamingdienst Paramount Plus hat sich nun an die Verfilmung von Die Chemie des Todes gewagt. Für wen ist die Krimiserie jedoch gemacht? Ihr erfahrt es jetzt in unserer Review. Kommen wir zur Handlung. Die kann man vielleicht ganz gut zusammenfassen mit einem Zitat. Der menschliche Körper beginnt fünf Minuten nach dem Tod zu verwesen. Genau mit diesen Prozessen beschäftigt sich auch der forensische Anthropologe Dr. David Hunter, gespielt von Harry Treadway. Er beschäftigte sich damit, bis ein tragischer Schicksalsschlag ihn zwang, seinen Beruf aufzugeben. In Manham, einem kleinen Dorf, hat er sich nun ein neues Leben eingerichtet. Dort ist er als Partner des Dorfarztes Dr. Maitland tätig, doch als die örtliche Polizei ihn um Hilfe bittet, einen Mordfall zu lösen, plagen ihn die Geister seiner Vergangenheit. Hunter ist gezwungen, sich zu entscheiden, ob er sich abwenden oder in sein altes Leben zurückkehren soll, welches er doch eigentlich für immer hinter sich lassen wollte. Obwohl die Dämonen seiner Vergangenheit ihn verfolgen, entscheidet er sich schließlich dazu, wieder mit der Polizei zu arbeiten und wird dabei in Fälle hineingezogen, die ihn bis an seine Grenzen treiben. Sein erster Auftrag bringt ihn auf die hybriden Insel Runa, auf der in einer abgelegenen Hütte eine verbrannte Leiche analysiert werden soll. Schnell stellt Hunter fest, dass es sich um Mord handelt und gerät plötzlich selbst in Gefahr. Ein Hinweis noch, diese Einschätzung hier bezieht sich nur auf den Auftakt der Serie, genauer gesagt auf die ersten drei Folgen. Euch soll sie dabei helfen zu entscheiden, ob sich denn ein Blick lohnt. Beginnt die Chemie des Todes recht altbacken und suggeriert damit den Eindruck, dass man es mit einem klassischen Fall von Ein Kriminalfall eine Staffel zu tun haben wird, so wird man sich binnen der zweiten Folge überrascht die Augen reiben. Denn, so viel sei an dieser Stelle verraten, bilden die ersten rund zweieinhalb Episoden dieser ersten insgesamt sechs Folgen umfassenden Staffel eine seltsame Mischung aus Hintergrund zum Protagonisten, Exposition und Prolog. Alles zusammen wird innerhalb eines gesonderten kleinen Falls abgehandelt, der dadurch irgendwie nur als Vehikel dient, durchaus aber den einen oder die andere Zuschauerin so fesseln kann, dass man von der abrupten Auflösung dann doch etwas überrumpelt wird. Ob man sich da ganz strikt an die Buchvorlage gehalten hat, können wir nicht sagen. Jedoch wirkt es für den normalen Zuschauer mit Sicherheit in Sachen Pacing, Charakteraufbauarbeit und Kriminalistik des Falls schon eher unbefriedigend. Mir nichts, dir nichts wird in den ersten Minuten der dritten Folge der Fall plötzlich schon zum Abschluss gebracht. Ab dann beginnt wohl die eigentliche Geschichte erst richtig. Denn der Einführungsfall hat nicht nur den Zweck erfüllt, das Publikum ein Stück weit darüber zu informieren, wie Hunter überhaupt seiner Berufung abgeschworen hat, sondern er hat auch dazu geführt, dass der Protagonist nun genau diese Rolle rückwärts macht und wieder in sein altes Metier zurückkehrt. Das wirkt, sollte es bei dieser einen Staffel mit sechs Episoden bleiben, wahrlich eigenwillig. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass Simon Beckett genug Bücher geschrieben hat, damit man wohl ein halbes Dutzend Staffeln rund um den Forensiker David Hunter herumstricken könnte, wird man womöglich in ein paar Jahren im Gesamtwerk diesen behutsamen Auftakt noch zu schätzen wissen. Der erste Fall, wie gesagt recht schnell bewältigt, ist insgesamt nichts, was man im Chemie-Genre noch nie hatte. Weder in Sachen Cleverness des Ermittlers noch in puncto angstverbreitender Antagonist. Im Einführungsfall von Die Chemie des Todes bekommt man wenig Originelles serviert. Auch die Bilder der Landschaft sind stimmig, aber hauen nicht wirklich vom Hocker und die Inszenierung der Leichen soll wohl brutaler und schockierender wirken, als es beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin am Ende ankommt. Das ist alles ganz passabel anzusehen, solide inszeniert und auch ansprechend gespielt, aber über das, was man so häufig im deutschen öffentlichen Rundfunk pro Monat an Fernsehkrimis kredenzt bekommt, geht es kaum hinaus. Man hat sich entschieden, wohl in weiser Voraussicht, dass die Kriminalfälle nicht wirklich mit Originalität glänzen können, die Chemie des Todes als charakterzentriertes Psychodrama zu erzählen. Flashbacks in die traumatischen Erlebnisse Hunters, bevor die Seriengeschichte begann, nehmen dabei allzu viel Platz ein. Man möchte schon nach der ersten Folge in Richtung des Fernsehers brüllen, ja, wir haben es verstanden. Der Verlust seiner Familie hat ihn für immer traumatisiert. Eine subtilere Methode, diesen Figurenhintergrund einzubauen, hätte dem seriösen Anspruch des Formats sicherlich gut zu Gesicht gestanden. Dazu kommt dann noch, dass es Harry Treadway auch nicht wirklich schafft, für seine Figur mit der traurigen Backstory wirklich Sympathie zu wecken. Er gibt sich Mühe, aber der Funke springt einfach nicht über. Bei den anderen, teils ebenfalls bekannten Nebendarstellerinnen und Darstellern, wiederholt sich dieser Eindruck. Die Kriminal-Roman-Adaption ist business as usual. Vielleicht genug, um mit der deutschen Free-TV-Konkurrenz mithalten zu können, aber mit Sicherheit zu wenig, um an augenscheinliche Vorbilder der US- oder auch UK-Sender heranzureichen. Wer sollte sich die Chemie des Todes trotzdem nicht entgehen lassen? Die angesprochenen Vorbilder der Macher sind recht offensichtlich. Das sieht man beispielsweise an der Arbeit Vogelperspektiven oder daran, wie die Leichen inszeniert werden. Die deutsch-britische Koproduktion soll in Gewässern mit True Detective schwimmen. Und auch Broadchurch war den Kreativen mit Sicherheit eine Inspiration. Was allein die beiden genannten Formate diesem Neustart jedoch meilenweit voraus haben, sind die ad hoc-präsenten Hauptfiguren, mit denen man ohne Zögern mitfiebert. Egal ob Olivia Colman oder Matthew McConaughey, eine so raumeinnehmende Persona fehlt hier. Vielleicht ist in der Buchvorlage David Hunter ja sogar eine solche ambivalente, packende Persönlichkeit, aber zumindest in den ersten drei Folgen von Die Chemie des Todes hat man es dann noch nicht geschafft, dies zu vermitteln. Wer also ohnehin jeden Krimi, der etwas düsterer angelegt und nicht gerade zimperlich inszeniert ist, verschlingt, der wird mit Sicherheit auch dieser, alles in allem, atmosphärischen Serie etwas abgewinnen können. Die Krimi-Romane Beckets sind ja auch in erster Linie in Deutschland ein Massenphänomen. Gut möglich also, dass die Kenner, allesamt von der Neugier gepackt, einen Blick in die Adaption werfen und vielleicht dann auch mehr damit anfangen können als etwaige Nichtleser. Fassen wir zusammen unser vorläufiges Fazit zu Die Chemie des Todes. Die ersten drei Episoden haben womöglich nicht viel Aussagekraft für die komplette erste Staffel des Krimi-Formats, denn allein drei Viertel der Laufzeit sind streng genommen reine Expositionen oder als Prolog zu sehen. Nichtsdestotrotz kann man dazu immerhin festhalten, dass der dort behandelte Fall nicht sonderlich originell, aber doch einigermaßen spannend ist und man schon ein Gefühl dafür entwickelt, ob man mit der Hauptfigur sympathisieren kann oder eben nicht. Ein solider Einstieg also, doch vielleicht braucht die Serie einfach auch erst mehrere Staffeln, um wirklich Reife zu erfahren. Die Chemie des Todes ist am 12. Januar bei Paramount Plus gestartet, die Folgen erscheinen seitdem im Wochenrhythmus. Der Auftakt der Serie bekommt von uns drei von fünf Toastscheiben.